Das letzte Kapitel ging mir durch den Kopf, dass eins meiner Kinder irgendwo aufwächst und ich vielleicht nie die Gelegenheit kriege, an seinem Leben teilzuhaben. Ich dachte, du wärst einverstanden. Das dachte ich auch, aber wie sich jetzt daraus gestellt hat, bin ich's nicht. Wenn du das also wirklich machen willst, dann musst du dir jemand anderen suchen. Achso. Und übrigens, Arschmeister 7 ist nicht das letzte Kapitel. Die werden das so nicht stehen lassen. Tja, ich muss jetzt fahren. Vielen Dank für den Versuch. Na, gern geschehen. Ich hab mir irgendwie die Schulter verrenkt. War schön, dich wiederzusehen. Ich fand's auch sehr schön. Ich würd dir gern noch was vorschlagen. Was? Hört sich verrückt an, ist etwas unorthodox, aber wenn du wirklich ein Kind willst, wär das vielleicht die Löwe? Charlie, ich will keinen Sex mit dir. Wer sagt denn hier was von Sex? Willst du meine Frau werden? Heel ist kein Charlie. Warum rufen immer wieder an, ihr Mädchen? Nein, Höllen. Nicht feen aufleiben. Ich mache Leinigung. Ich will nicht noch einmal sagen. Heel gibt es keine Charlie. Hallo? Sie wollen Sie überhaupt nicht mehr aufhören? Oh, danke für die Highgrove. Sie machen das. Wir kasseln. We have so many clans, just wait a bit Oh, this is fine Well, you can see We're pushing in Push, push, push Make them run, that's the only way you win The Water Grave killed them Just hit everyone in a fucking row Cause they're pussy The Grave left They're all fucking running, cause they're in robes and shit If you push them now, they're gonna start running In this area Fucking push the clan we're facing Just push guys, they're gonna run on them So they're Garcus Lafesteal of the Salamanders as well If you're merely Very smart Fucking hit this row we're in pussy We don't goof Dude, this is like a cheeseburger man It's like a cheeseburger I found a few russians on the side I found a few russians on the side Grab one up on the hill Yeah, yeah, they are Ward is Shadowlord in their clan What the fuck? We got one wham inside us here I killed Dr. Krala Look at this floating gangbang and a dead corpse in it I'm stuck Can't separate him down Can't separate him down Stunting You're getting attacked, dude From the north side Some Russian pilot access That's bad Bam here Yeah Yeah, nice Same thing Ten still, Garcus One second Consecrate in a bubble Consecrate in a bubble Come in Oh Come on I'm so scared We get caught in a hole Middle so close F**king water graves man There's scared, scared things Please can I get a hit? Why is F**k friendly killing me? Oh It's Mommar, bless friendly Why are you telling bullshit? Ah yeah Ah s**t, I got the guy It happens man We got Russians pushing in north now I don't know Can I get a hit? So let's see Norte, das ist gut, dann sind sie die Anni, was du? Just auf der anderen Seite. Ich bin in Green, gut. Oh Gott, da ist er! Die Leute sind in Swart of here. Das ist uns, wir haben. Ja, ich habe es nicht mehr. Es ist ein Dork auf dem Mountain. Das ist es. Ich werde es nicht mehr sehen. Ich habe eine andere Seite. Elric, return. Er ist ganking in für mich. Danke. Mom, was always them, you guys just kill me. Half HP. Kill the Dutchies, okay? So they don't... ...or no. Yo, bruh. They are looting. Is Agana with us? No, no. No, no, no. No, 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 no. They are enemies. Fucking Elena with TFK here as well. Guys, stay together. Who are you over there to the east? TFK is me. Shader, Shader. Stay with the group, just stay with the group. Shader, Shader, over. Aster to Legion, over. Yeah. Revolution just come from west. Yes. Dude, 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 dude. Dude, 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 dude. What the fuck? One KS guy just trying to kill the GM. What the fuck? I have to admire her though. Fuck the GM. Why? Everything's their fault. Why is it 1.0? I'm dead. Hey, guys. How are you? We're right. A1 go a bit south. I got silenced. We're gonna die. Can we get him up? No, I'm going. I'm going. Guys, A1 come a bit south. We're getting flanked now. South? South East. South East. Yo, this Shader guy. Not getting the message. Shader Shader. What's your name? Yeah, Lando. He's gonna kill me in the grave now. Yeah. He just killed me. Really? I don't know. I survived. But he's not giving up. Who is it? Where are you? It's a honey dealer. No, it's Shader Shader. Where is it? Where are you? Can he not get the message? Is it not on team speak? No, it's not on team speak. I'm coming. I'm coming to you. He stopped. Stop. Fragen Sie Ihren Sparkassenberater. DK Investments. Neue Perspektiven für mein Geld. Der beste Kraftstoff ist der, den man nicht verbraucht. Das beste Material ist das, das man einspart. Der beste Wind ist der, den man ausleicht. Der beste Technologie ist die, die den Weg in die Serie findet. Der beste Technologie ist die, die den Weg in die Serie findet. Der beste Technologie ist. Weg. Vorbild für Effizienz. Nachzähl des Bands. Das beste oder nichts. Mehr als 3000 DKA-Experte, die die Finanzmärkte genau haben. Zum Haufen einberater, der nicht genau kommt. Der weiß, wie ihr anlegen, für mich einfach machen. Mit DK Basisanlagen. Fragen Sie Ihren Sparkassenberater. Sie teilen das günstig. Neue Perspektiven für mein Geld. Manchmal ist es schwer, anderen in der Saison zu vertrauen. Und manchmal ist es ganz einfach. Ihren steuerlichen Berater können Sie unangeschränkt vertrauen. Gerade auch im Internäumsraum. Lassen Sie sich in Ihrer Sparkasse zum Zins-Titel fahren und befreien Sie jetzt die Gäste. Ich bin kein Fässer. Jetzt testen. Der Digital Pass für nur 14,90 Euro pro Monat. Exklusive Zugänge. Exklusive Inhalte. Handelsblatt. Substanz entscheidet. Viele meiner Freunde haben sich über E-Darling. Okay, so they're gonna have six now. You missed! You missed! Dude, you fucking juked me! I know! Run in the trail! I just took a turn, I swear to god. I'll get you, I'll get you. Team fly. Missed again. Nope. Fuck. 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 Let the moon. You should be happy that they at least come on fire. They have 60. They have 60. I can't have all sail on myself. Microphone activated. Howdy! Microphone muted. Uh oh. That noise is never... Maybe we shouldn't do this. Behind you, Molly. They're over there. Alright, fucking watch this. Yeah, let's watch Bonnie. Okay, fair enough. Bonnie's going down. Let's go outside. Yeah, that's cool. Fucking out. Oh my god. Wow. Oh shit. How many water is that? Oh my god. What's going on? I don't know. Grakkaz is so dead. Yeah, Grakkaz is fucking dead, man. Why did he survive? What the fuck? They're gonna push now, so you just go out. Microphone activated. Come on. No! No! He's one fucking head here. He's down. They're gonna raise him. They're raising him. They're raising him, yeah. The nakeds are raising. Good. We're inside again. What the fuck's going on? Oh no. No. They're gonna loot it. Oh my god. I'm in a warry. Got it. Got it. Got it. Let's go. Nice. Let's go out. Yeah, foul. He had a laser pistol this time, lad. Oh shit, Krakaz. Still inside. Are you fine? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Fiber. I'm just saying. I've got, I think, three bags on me now. What the fuck? Still gonna do this? We should use the earth wall, you know? Lock the fucking entrance. Someone gank one. Gank. Just gank him. I can spirit on you. Where's his corpse? It's gone. On me, on me, on me. On me. Why? What's going on there? Oh shit. I think this one guy is overburdened, isn't he? No. Alright. One, I get down. Yeah, I'm low. I'm getting out. Okay. Bonnie, I get out. My spirit one isn't low. Yeah. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Where is he gank? Loot him. Make sure he's looted. Okay. Was he naked or? Oh my god. That's overburdened. Oh my god. Water gray. I'm in a water gray. I'm gonna need help. Oh my god. Oh my god. Oh my god. That was bad. Oh my god. This is so bad. Just getting out. They still come out when they come out. Just get out. Everyone. They still come out. Just stack hidden bar, sir. Right here. Ready, set, go. Nooo, so close Oh, uh oh, uh oh Oh shit He's far outside now Oh, uh oh, help Nooo One outside There's one behind us In my position Almost down What a massacre Who just went in, Boney? Was it you? Oh, nevermind, so good Microphone muted Oh, Boney is positive Why is she dying? Sorry Microphone activated Microphone activated Yo, you got two after you get back I mean, you should probably back out, you're gonna get faster, yeah Oh shit Oh shit Oh 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 Food Food Oh shit Blue, blue, blue Fine, I'm fine I'm getting out I can't even see Get out, just get out, no matter what, just stay out, no matter what I can't Oh my god, I'm too far I can't Go after Go after Don't let, don't let them gank There are too many What are we supposed to? Go in guys It's better, just better We can't win, there's so many Oh my god There are too many Just better, just better Just better I'm in the middle I'm in the water again I'm in the water again Oh no, I got cooldown Fuck no Microphone muted Garoo Oh, never mind I'm pretty low as well Oh, never mind, I'm pretty low as well Ich darf doch einen Schreibtisch haben Das ist kein Schreibtisch, das ist eine... Brobdingnagische Monstrosität Steht das in deiner Sprache für gigantischer Riesenschreibtisch? Genau genommen ist es britisch Kannst du das nochmal sagen? Brobdingnagisch Und nochmal? Brobdingnagisch Jetzt dreimal ganz schnell? Brobdingnagisch, Brobding... Wie hast du ihn eigentlich hier reinbekommen? Dieses Geheimnis gerne nur ich, Ramone, Julio und Jesus Findest du auch heraus? Na schön, ich habe schon verstanden Wunderbarer Streich und sehr amüsant Und jetzt schaff ihn raus Nein Doch Nein Doch Ich hab drei Brüder und zwei Schwestern Das kann ich den ganzen Tag lang Na schön, wenn du dieses Ding hier nicht rausschaffen willst Dann mach ich es eben für dich Wenn es dir Spaß macht Hilf mir meinen Schreibtisch zu verschieben Nein Doch Nein Doch Nein Das ist... Das ist okay Ich hab letzten Sommer einen Sporthochkurs gemacht Aber wie es sich gezeigt hat, hab ich Angst vor dem Meer Wie schade Du kennst nicht zufällig jemanden, der einen Taucheranzug braucht Größe 164 Äh, vergiss es, ist nicht wichtig Und, hast du jemanden? Sehr unehrlich Hey, wie geht's uns denn hier? Irgendetwas zu trinken? Äh, will mich nicht, danke Mir auch nicht Wollt ihr etwas essen? Später vielleicht Okay Und, hast du wieder jemanden? Nein Das hab ich gesagt, als er mich fragte Ich, äh, hoffe das war nicht falsch Nein, ist schon okay Penny, lässt du uns ein bisschen allein, ja? Oh, bitte entschuldigt Was ist mit dir? Hast du dich mit jemanden getroffen? Ach, du weißt ja, wir Kerle, wir haben unsere Bedürfnisse Du warst also bei anderen Frauen? Nicht bei realen Frauen Du meinst doch nicht etwa Trollhure Ich finde, ihr seht durstig aus, ich bring euch Eistee Danke Es ist Passionsfrucht, neu auf der Karte Ich weiß, ich arbeite hier Oh Ja, du hast recht, Doing Also, Hauer, Trolle, ja oder nein? Hast du nicht woanders Hauer Hauer